Und damit schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In diesem Video geht es um ein neues Convertible, also ein 2 in 1 Gerät, welches wir uns hier gemeinsam mal anschauen wollen. Und dieses Mal dreht sich es hier um ein Gerät von Dell, nämlich das XPS139315. Ja, zu der Zahlenkombination am Ende sage ich jetzt mal nichts, aber ich glaube XPS13, das sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Und ich glaube, das kann man sich ein wenig besser merken. Und das als 2 in 1 Convertible ist eine recht schöne Sache und die wollen wir uns heute mal gemeinsam anschauen. Vor allem, weil das ein Konkurrent oder sagen wir mal ein Mitstreiter auch gegenüber dem Dell Surface Pro 8 ist. Und deswegen wollen wir uns das heute mal anschauen, weil es eben Dells Konkurrenz dazu ist. Und deswegen kann man es auch ohne Problem mit der Surface Pro 8 nennen. Und das konkurriert halt schon eben mit dem Gerät von Microsoft. Und da das Surface Pro 8 von Microsoft eben auch bei euch immer sehr sehr gut ankommt oder angekommen ist mit den Videos, was es darüber gab, fand ich es umso interessanter darüber mal ein Video zu machen. Kurz das klären wir davor noch, ich würde mich sehr über ein Like und vor allem auch über ein Abo freuen. Damit würdet ihr mich sehr unterstützen. Das wäre sehr so ein neister Support und ich würde mich riesig darüber freuen. Jetzt geht es aber auch schon los mit dem eigentlichen Video. Fangen wir ganz klassisch mit dem Aussehen an. Und ihr seht es hier gerade auch recht schön schon. Und jetzt hier noch ein Ticken besser. Hier haben wir eigentlich ein recht klassisches Design für ein 2 in 1 Konvertible. Ein bisschen dickeres Tablet, so von der Form her beschreibbar. Ähnelt schon sehr den Geräten von Microsoft. Einfach weil es ein bisschen dicker ist. Ein bisschen granddicker, aber abgerunderte Ecken. Aber allgemein schon einfach wie ein bisschen wie ein iPad, was einfach dicker ist. Wir haben hier sehr gleichmäßige Ränder außenrum. Finde ich von der Dicke völlig in Ordnung. Wir brauchen ja nicht wie beim Handy so minimal. Das finde ich für so ein Gerät immer völlig in Ordnung. Auch wenn die einen gewissen Rand haben, umso weniger sieht natürlich moderner aus. Kann man dann eben aber halt auch nicht mehr als Tablet angenehm halten, weil man da halt immer ins Display reinduppt. Sonst vom Aufsehen her, wir haben hier auch dieses ganz normale Tastaturcover. Oder eben das hier auch so eigentlich recht intelligent verbunden ist. Das kann man auch einfach ein bisschen umstellen und dann hat man auch ein Kickstand dazwischen. Auch eine ganz normale Tastatur. Finde ich hier auch relativ schick, wie man das hier gelöst hat. Unten mit den Adaptern dran. Gefällt mir im Allgemeinen sehr gut. Mich ändert das Tablet ein bisschen eher an meinen Samsung Tablet 7. Auch wegen den Adapternstreifen und allgemein diesem fähigen Design und auch das Tastaturcover mit dem Trackpad und der normalen Tastatur hier. Ähm, erinnere mich ein bisschen dran. Finde ich auch ganz cool. Auch wenn das hier natürlich alles ein Ticken dicker ist. Was aber viel wichtiger ist als das allgemeine Aussehen und so, was ich persönlich als rechtstimmig und passend bezeichnen würde. Ähm, hat das hier natürlich den klaren Vorteil, dass wir hier auch eine gewisse Leistung drin haben. Ähm, das geht, fängt natürlich beim Wichtigsten an. Nämlich den Prozessor. Ähm, hier haben wir immer die Wahl zwischen einmal einem Intel Core i5, 1230U. Ähm, das ist der Prozessor der 12. Generation. Ähm, 10 Kante mit maximal 4,4 GHz. Ähm, aber als zweite Wahl haben wir noch den, ähm, Intel Core i7, 1250U. Ähm, auch der 12. Generation. Ähm, ebenfalls 10 Kante mit 4,7 GHz in der Spitze. Ähm, ja, das macht bestimmt einen gewissen Unterschied. Äh, ob man hier aber dann für einen stolzen Aufpreis, ähm, von, äh, 220 Euro, ob man den braucht, naja, lässt sich darüber diskutieren. Ähm, denn nämlich beide haben gleich... Äh, gleich die Intel Iris Xe Grafik. Ähm, also haben wir hier nicht so einen großen Unterschied. Auch bei dem Arbeitsspeicher ändert sich nichts. Ähm, bei dem alle haben wir hier in dem Gerät dann 16 GB. Ähm, ähm, LPDDR4. Ähm, mit 1267 MHz. Ähm, ganz normaler Arbeitsspeicher. 16 GB finde ich auch ganz in Ordnung. Damit kann man arbeiten. 8 fände ich nicht ganz der Zeit angemessen. Bei allem, weil Windows schon immer ganz gut Arbeitsspeicher schluckt. Bei einem MacBook-Gerät wäre das ein bisschen anders. Daher verhält sich das tatsächlich ein wenig besser. Ähm, es gibt zwei verschiedene, äh, Versionen der Festplatte. Ähm, beides sind M.2 SSDs, was ich sehr positiv anrechne. Äh, die sind einfach deutlich schneller. Und, ähm, einfach, ja, meiner Meinung nach, das beste, was es halt gibt. Aber ist halt auch so. Ähm, da haben wir einmal die Wahl zwischen 512 GB und 1 TB. Ich würde da schon tatsächlich dem Aufpreis fast schon in Kauf nehmen von, boah, tatsächlich unheimlich, äh, über 250 Euro. Das ist natürlich schon, äh, dermaßen teuer. Also 270 Euro liegen wir hier. Äh, was wir mehr zahlen, wenn wir, äh, die doppelte Menge an Speicher wollen. Und das finde ich schon sehr, sehr ordentlich. Natürlich eine M.2 SSD kostet, äh, etwas. Aber wenn man sich einfach eine normale, äh, externe SSD dazugehauft, bekommt man für 270 Euro, ähm, ganzen Terabyte von der besten, äh, externen SSD, die es zurzeit gibt. Also, ähm, da muss ich sagen, da würde ich wahrscheinlich eher auf eine externe gehen und mir die 270 Euro sparen und dafür die schnellste externe, ähm, holen, die es gibt. Da habe ich dann auch gleich einen ganzen Terabyte oder vielleicht sogar zwei, ähm, das finde ich schon deutlich, deutlich sinnvoller. Zum Display hier wichtig zu erwähnen, wir haben hier 33, ähm, Zentimeter, ähm, die Konale, also 13 Zoll, ähm, 3 zu 2 Verhältnis, ein 3K-Display, ähm, finde ich von der Auflösung schon mal gar nicht so schlecht. Wir haben hier, ähm, 2880 auf 1920, äh, bis jetzt natürlich Touch-Funktion, äh, unterstützt auch den Active Pen, also den Stift von, Dell, ähm, auch Gorilla Glass 7, was mich tatsächlich ein bisschen verwundert hat. Gorilla Glass 7 sieht man so ein Handy, ist eigentlich nicht wirklich, ähm, aber umso besser finde ich, dass wir hier auch so einen, so eine Wahl haben. Und allgemein muss ich sagen, gefällt mir das ganz gut, was man hier an dem Display bietet. Natürlich wäre OLED noch eine ganze Stufe cooler und bei dem Preis, den wir hier tatsächlich auch für das Gerät aufrufen, ähm, zumindest wenn wir eine etwas bessere Version hier haben wollen, ähm, fände ich das natürlich nicht unbedingt angebracht. Aber natürlich ein Feature, über das man dementsprechend eigentlich auch nachdenken könnte. Über die Vorteile, was allgemein ein 2-in-1-Gerät bietet, brauchen wir, glaube ich, mittlerweile nicht mehr reden. Ganz wichtig ist einfach, es ist ein Tablet unten, ähm, Computer gleichzeitig. Es ist immer super für Schule oder Uni, aber auch allgemein so. Man kann daheim Filmen damit schauen, aber dann auch gleichzeitig, äh, abwechselnd, äh, halt auch mal seine Projektarbeit schreiben. Und umso wichtiger finde ich, ähm, umso cooler finde ich auch die Geräte, weil man halt auch mal was zeichnen kann, ähm, einfach verschiedene Möglichkeiten hat. Zumindest wenn ich arbeite, wechsle ich zwischendrin auch gerne immer wieder meine Arbeitsweise. Und ich finde, da ist das Gerät von Dell schon eine echt gute Option, die hier, ähm, dargestellt wird. Und ich muss sagen, mir gefällt das Gerät echt gut. Ob es jetzt unbedingt besser ist, als ein Surface Pro 8, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, auch der Preis ist natürlich. Ja, Sache, die wir nicht vergessen wollen. Aber an Surface Pro 8 ist, wenn man, ähm, natürlich auch eine etwas bessere Version will. Und dann dementsprechend auch, äh, hingeht und sagt, ja, ich brauche das Tastaturcover noch und dies und das noch. Dann ist man gleich in ähnlichen Preis gebilden. Auch wenn der Einstieg zu dem Gerät, ähm, prinzipiell günstiger wäre. Aber trotzdem im Allgemeinen sagt das nicht so viel aus. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über ein Like und vor allem auch über ein Abo freuen. Ich hoffe, wir sehen uns auf dem nächsten Video wieder. Bis dahin, reinge auf.